Wir fahren jetzt zu einer neuen Wohnung und wir kriegen jetzt den Schlüssel. Wir haben seit 4 Minuten Schlüsselübergabe. Es sind leider ein bisschen verspätet. Tch, das ist richtig. Hallo, es ist soweit und wir haben einen Schlüssel bekommen. Jetzt sind wir in unserer neuen Wohnung. Sie haben ausgemalt und jetzt ist es voll schön weiß. Es schaut voll gut aus. Jetzt bestellen wir gerade unsere erste Pizza. Das macht der Christian gerade. Und jetzt möchte ich euch den schönen Ausblick zahlen. So, ich habe jetzt alles geputzt. Und jetzt ist es schon richtig glücklich. Und jetzt möchte ich euch nochmal die Aussicht bei Nacht zahlen. Bis zum nächsten Mal.